Wir hatten im Vorfeld schon immer überlegt, wie wir dieses Konzept, was in Walzrode sehr erfolgreich war, duplizieren können und das wir auch noch handeln können. In Schwarmstedt, das Haus ist größer, dadurch können wir andere Produkte mit reinnehmen wie Wolle, Miederwaren und Strümpfe und wir können die ganze Geschichte etwas lockerer stellen. Und das macht Schwarmstedt aus. Walzrode ist unser Baby. Sie kennen das vielleicht, das erste Kind ist immer das spezielle Kind und das bleibt Walzrode.